hallo zusammen da sind wir wieder in no rest for the wicked in sacramente hauptstadt ich habe jetzt bisschen offscreen gelevelt und zwar sind wir jetzt stufe 10 und ja ich habe also im kriegsraum da war einer der so ein typ das war eine quest oder vielmehr was ist eine quest und kinder aber doch nicht so dumm ich hoffe geldjagd war das und zwar da gibt es täglich und zwar das brutale paar und das andere war dann im kriegsraum ich will jetzt nicht mehr wieder geht da gibt es auch solchen sekret und das habe ich dann ein opi oben beim rohan und wie ist der anna walter oder was ich weiß es gar nicht habe ich jetzt auch getauscht gegenüber gehen ringplatz ja ich hätte vielleicht besser dass ich mehr lebensmittel aufnehmen kann oder so ja es ist zu spät jetzt aber der war ganz schön heftig der typ im kriegsraum also ich hab doch ich glaube fünf sechs versuche gebraucht ich habe kein schade gemacht obwohl ich aufgelevelt habe du für zehn das habe ich aber schon gemacht ich so kriege ich das jetzt noch mal auch gezeigt desto habe ich zweimal auch ich habe das nicht abschließen können weil ich die ich habe schon mal nicht da steht in der westlichen seemannsweste wenn ich das hat doch nichts zu tun mit der untiefe oder was oder mit aber anzünden wird das muss in der fest dass ich habe sie nicht alle kfülle ich bin sie vielleicht einmal abgelaufen die wölfe in der seemannsweste habe ich auch schon gemacht wieso werden das jetzt kommen dass jeden tag noch mal ich brauche den schrott nicht noch einmal das habe ich ja alle das war einfach das war nur drei stück und desto ist schon das einzige stück und wöchentlich auch verschwindet das ist nicht in der liste das mit dem kriegsraum mit dem typen dort oder gibt es aber was ich weiß noch nicht was das soll soll belohnung ich gebe das jetzt mal nicht auf ich wollte eigentlich was ganz anderes machen wenn ich jetzt habe ich jetzt die karte gefunden wie man gleich auf die karte gekommen dann habe ich aufgewertet was ich auch gemacht habe ist noch den weg direkt hoch habe ich freigestellt ich habe gesehen ich kapiert es immer noch nicht wir gehen mal zu wissen dann muss der heizkörperthermostat oder was die babbeln da dauern zwischen neuer deshalb ist jetzt auch stoße film als schmiede das konnte ich auf drei jetzt machen und das galgen gerissen das kapiere ich nicht an uns also da noch ist da der ist gar nicht anders wird ein grüßt und eine treppe bauen um den galgen über dem platz mit dem nördlichen teil der stadt verbinden zu verbinden horisch kupfererz und kiefernholz also ich habe noch und ist glaube ich im besitz habe ich noch denn aber von dem kupfererz habe ich nichts mehr aber ich habe vorher ich habe vorher sieben gehabt und das nicht ich weiß nicht warum mich das scheiße doch ich weiß ich muss man muss mit dem galgen damit was du jetzt ist vorher war ja den schon im kriegsraum jetzt haben wir hier oben steht kriegsraum ist ausgeglichen aber nix was das bedeutet müssen wir auf die nächste woche warten oder was wir könnten ja ein bisschen entlang schleichen die nächste woche gibt es eine nächste was weiß ich keine ahnung auf jeden fall laufen wir jetzt erstmal wieder drunter ein stückchen wo ist nun sonst da geht repariert repariert haben alles ich bringe mich alle aus dem kotze warum müssen das eigentlich sei reicht es nicht wenn man die abwatscht das reden müssen die dauernd ihren senf dazugeben wenn du bloß in ihr nähe kommt ich habe sowieso immer dasselbe der scheiße habe ich jetzt alles habe ich mal habe ich was was habe ich aufgeschrieben gar nicht last wisper ok ja das ist unser letzter wisper hat wo ich habe die gewisse jetzt wieder wölfe gar nicht augen nummer die sie nämlich nicht nur wenn sie wenn sie wenn du nimmst du gewisse sind ihnen da und ja auch scheiße ja die 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 sparen schon momental herauf du idiot was ich machen wollte werden wenn die tippe da aber da muss ich mich jetzt wieder durch kämpfen und da ohne war man ja da wollte ich ja noch hier weil aber ich muss gerade mal gucken was war ein schlüssel dass ich habe war die falsche taste wieder mit linke rechte taste drücke weg brücke dann haben wir gewiss natürlich ja speise tal in der seemannswesten ach so vorratslager der summer aber der speise habe ich nicht gefunden in der seemannswesten speise saal sei naja ich machen wir jetzt immer mal nicht erstmal ein so ein bisschen was angler vielleicht noch wenn das noch ein viertel stund länger gedauert ich habe nichts dagegen wenn man schon dort sind kann man ja auch öffnen oder der ist auch wieder da wenn wir rausgehen aus dem spiel tun die wieder an ihren alle an ihren ande platz gehen oder was auch schade machen habe ich mir mit feuer durch wirkt und so was ich weiß es gar nicht mehr könnten wir jetzt wieder was oder konnte ich herstelle aber da wollte ich neu da wollte ich eigentlich ziemlich schon offen schön neu und hab so wieder vergete gehabt was waren das jetzt ab münze das sind wir ein stückchen reu getappt wenn ich mich recht erinnert und halt bleibt aber das mit dem kappen mit dem barriere mit dem barriere klappt nicht mehr bin zu alter das muss mich auf die rohe gewalt verlassen aber wir machen das jetzt kopf ich schaue mich doch mal um ich weiß nicht mal ob das noch zu der urban sind verkehrt oder ob das jetzt was ganz anderes ist oder wie oder man oder wumpe oha was ist denn das so in einer jude teppichbauplan oha dann hätte ich glaube ich akabe kenne wenn man sollte vielleicht auto holzschild wird jetzt kommt kommt schon mal in ruhe du sappel so die seine ab zur klinge hat die kann ich ball an die messe kann man alles nehmen warum und glitter pickel was haben wir jetzt irgendwas war das schild nicht so machen schild war holzschild aha aha nee das habe ich das rundschild vielleicht zwar besser aber ausrüstung ja das wäre nicht schlecht aber ich konnte jetzt habe ich das hochgerüstet und jetzt bleibe ich dabei mal ich habe sie jetzt nicht ausgerüstet weil ich ja nicht konnte war der mund kann man uns ausschleichen dann schon besser gestorben ja das kommt in 3 moment war der muss du arsch noch das mal ab ich schon was in aufdauer gemacht werden mit verkehrt aber da war man schon oder da war ja da waren wir schon da waren wir ja da kommen ja später noch oder irgendwie so ist graut guck mal bleibus graut da ist noch ein kiste alt netto holger los aber da ist schon wieder ein baubladen rüstung set schnittmuster bauern lumpen rüstung set ja ich habe schon mal eins hergestellt aber das konnte ich nicht fertig weil ich nicht die voraussetzung habe das ding da unten liegt aber jetzt nicht jetzt gehen wir erst mal in der schwelle da ich bin dauernd auto auto und hier ist das fleisch 831 da geht was können wir da mal die vieren ich habe noch gar keiner aktiviert hier total ja du kannst jetzt nicht jeden hirsch umbringen ich hallo ich will ja nicht ich ich will jetzt einfach dort geht es ja wieder jetzt sind die das ist auch schon wieder drüber oder wann wir jetzt sind das sind wir die wesen kaputzen liebe was sind so los hat der ende ist weg dann haben wir getötet was waren deswegen ring der sammler ohne ring und hier ist was machen wir jetzt weg die springe immer zurück warte mal abgeholt auf kumpel das bist du heute schauen wir noch verwischt brennt ein bisschen ja wo bin ich denn da war ich da war ich noch gar nicht oder scheiße wohnen was muss ich gerade mal gucken was mir da war ein ring kriegt hin runenangriffe verursachen 19 prozent ohne schaden oh je das ich habe ich weiß gar nicht wo ich kriege ich die rune ja was war denn da da kann ich verkaufen jetzt wenn ich da runter gehen kann ich ja wieder hoch oder wenn du kannst du nicht runter gehen mal hoch wieder als die zeiten ok und jetzt jetzt bist du wieder eine ausweglose situation wo bin ich denn jetzt und die karten dreht ja das ist aber normal ja ich bin jetzt wieder da wo ist noch einmal wenn man schon dort sind haben wir alles aus was in den nicht was uns das brauchen wir tun ich weiß jetzt gar nicht wo ich da rumhängen wo die kraulen am kraulen gelände naja gut warum nicht keine ahnung das ist doch nicht die feste oder probiert kam und ich brauche eine orientierung ich mache ich war da mal ist du bist schon tot du bist bloß noch nicht du bist bloß noch nicht ich habe einen boge ich konnte halt nicht ausweichen wach Oh yeah! Steh auf! Weg! Wow! Okay, weg wo? Nee, los das... Hör nach Schuhe! Schau mal in Schuhe! Bring! Bring! Oh nein! Wow, ist fett, ist es? Boah! Warte, löche? Kann ich nicht. Ich muss zurück, ich muss... Ich brauch trocken die Füße. Äh, trocken die Füße, quatsch, trocken die Boote. Er lebt nicht mehr lang, Freunde. Also gut, kann ich nicht landen. Ja, ja, nichts, Freunde. Steinhauer-Ring, oh Gott, der Leiter ist gefährlich, Achtung. Ähm... Warum träg ich eigentlich immer nicht? Warum das ich das noch mache? Rüstung erhöht um 17%, dann tue ich da neu, das ist mir egal, dann schmeiße ich raus, dann scheiß direkt da. Ja, und jetzt, ich warte, glaube ich noch nicht. Neues Gebiet entdeckt. Aber jetzt sind wir wieder in der Feuerfeste, äh, ja, oder? Ne, wir sind aneinander drüber. Also vom Umfang ist das schon, also wirklich, ich meine, wer sich auskennt, der, die Art von Spielen so gespielt hat. Ne, das ist ja jetzt so ein, für mich ist das so ein Sommerschnitt von, ähm... Was liegt denn da? Nix gut. Von, also... Sold like. Das ist schon für mich ein Sold like, weil es ist nicht einfach. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Die Kämpfe sind auch schnell genug. Ne, nicht! Scheiße, ich hab mir, das wär ein Gegner. Einfach eine Haut. Das ist halt die Frage, wie kommt man da wieder raus? So, die Leiter. Ah, noch eine Kiste, wow. So, eine Kiste haben sie nicht gespart, wirklich, ne? Du kannst ja auch angeln, wenn du willst. Gibt auch bessere, äh, Werkzeuge. Nicht nur Kupfer, es gibt es dann auch aus Eisen. Hab ich schon ein paar Sachen, aber es ist jetzt ein paar... Ja, zwei, okay. Rohe Forellen, okay. Was, rohe Forellen? Die haben wir noch nicht gehabt, oder? Jetzt muss ich tatsächlich gucken, wo ich da bin. Jetzt sind wir schon wieder vom Plan auf dem Gewicht. Ja, das ist jetzt nicht so tragisch. Wartemunde brennt. Was war das? Oh, oh, was ist denn doll, oder? Stress im Dschungel, hä? Ach, das sind die Daraks oder was? Wow. Okay, Freunde, was ist... wer ist Freund und wer ist... wer ist Freund und wer ist Freund? Oh, das ist falsch. Oh, das ist falsch, der Daraks. Oh, scheiße, was ist denn jetzt... Was sagen wir, das konnte doch nicht so? Ah. Ne, Freunde, also wirklich, oh. Ich weiß gar nicht, wo ich da bin. So bin ich reu. Das war doch vorher nicht. So. Warte mal, haben wir irgendwas, wo wir brauchen? Ich könnte mal... Wer war das? Ist das jetzt so ein Quest, oder was? Oh-oh. 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 Ich bin nicht gegen alle, oder? Oder... Okay, der Block... Oh, der schlägt seine eigene Leitsamme. Das ist ein... Der hat... Der braucht eine Brille, konnte es euch. Der braucht eine... eine deutliche Brille. Achtung. Das ist falsch. Du musst den da markieren, oder? Oh-oh. 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 Du musst den markieren, verstehst du das? Oh. Weg geh aus... aus dem Licht raus. Okay, Achtung. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Jetzt. Okay, macht ein bisschen schade, oder? Wow, 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 wow. Zaff zack. Kann ich was machen? Ich hab das nicht geladen. Dann bist du gestorben. Ja. Ich muss aufpassen, Freunde. Paulische. Oh, jetzt wird das wieder fast. Achtung. Noch ein Bumschen, komm. Oh je, oh je. Da wird er nicht mitgerissen. Noch eins, komm. Komm, noch eins. Auch neben dran, ich geh auch neben dran. Können wir jetzt unseren Schlag ausführen? Immer noch nicht. Dann noch ein Bumschen, komm. Komm, trinke was. Langschaum, Achtung, Achtung, Achtung. Falls der, der ist. Ja. Hast du noch eine Bombechen? Wow. Oh je, jetzt ist er einfach, wer hat's geschockt? Der flieht. Ach, das war das. Ach so. Die Titels. Wir haben Darag aufgespürt, aber er ist entkommen. Wir sollten uns bei Winnig in Sacramento melden. Wir hatten auch noch die Trinke-Majotan was vielleicht, ne, oder? Da ist der Oberunachsprung, da war der Obergestande. Ja, und wie bekommen wir da hoch? Zu schleichen, Achtung. Ja. So, guck mal, ein Vogel in der Luft. Ne, betraut. So, ich begebe da weiter, ne? Die koscheren Höhlen. Haha, ja. Nicht durchs Feuer. Holger, nicht durchs Feuer. Das hätt ich im Leben nicht gefunden, wenn ich da jetzt nicht... Ich weiß auch nicht, warum das normalerweise so tun kann. Von anderen Wegen. Oder? Ich hab das beim ersten Mal gar nicht gesehen. Du hast die Quest nicht angenommen gehabt, beim ersten Mal. Ach so, ja, stimmt ja. So, wenn du die Quest nicht annimmst, ist das wahrscheinlich ein ganz normales Gebiet, oder nicht? Aber wenn du da hinten guckst, oder? Haben wir da eigentlich was gekriegt? Eine Belohnung, oder irgendwas? Ich sag mal, wir tun gleich unser... Good day, ja. Du bist ja. Ich tu aber nur das reparieren, was ich auch gelegt hab. Und dann tun wir gleich... Oje, oje, oje. Ach du Scheiße, ich hab schon wieder alles voll. Den Appel kann man... Was ist denn... Ach so, das ist... Was ist das? Ich geh auch noch mal so. Wo steht denn das? Gesprungener Quarz, so steht's so, rechts. Gesprungenes Wappen. Kannst du auch für ein Waffen... Ah. Ja, ist alles klar. Verkaufen. Das ist das... Das brauch ich nicht. Das brauch ich auch nicht. Den Gesundheit beim Parianen. Ne, weg mit. Den Scheiße brauch ich auch nicht. Den Boga hab ich mir mal geholt, weil ich... Ja, ich wusste halt nicht, ob ich... Nicht, ob das sieht man so leicht. Den haben wir auch gelegt, ja. Die Eisenschaufel haben wir die Eisenspitzsacke. Die eiserne Angelrute haben wir noch nicht. Und die... Die eiserne Holzfäller-Axt. Können wir auch noch nicht. Kann man noch was aufwerten? Ne, kann ich nicht. Gut. Ja, ist auch ruhig. Das ist wieder gar... Wo ist denn Winick? Winick, wo ist denn der? Wieso... Was? Der ist doch ganz da oben. Du Scheiße. Wie komme ich denn da hier am besten? Er macht da doch eine Markierung. Ich will den Marker platzieren. Nehmen wir was Rotes, oder? Ja, das sehe ich am besten. Ja gut, so gut sieht man das auch nicht, oder? War mal im Kriegsraum, ja. Du verstehst du nicht. Darak ist ein verrückter Hund, aber er ist kein Verrück. Warum würde er deine Männer nach Orb in Glades, und dann fliehen? Weil er verletzt wurde, das ist ja. Wenn er zurückkommt, unsere Stone Walls werden da sein, um ihn zu treffen. Und warum sollte ich in allem, was du sagen musst, um das Risen zu sagen? Einige von uns joinen der Risen, um eine bessere Welt zu entwickeln. Und einige von uns, um die alten Erlösung zu verletzen. Und einige von uns, um die Nachbarn zu verletzen. Aha. Okay, Alter, das ist milde. Was wollen die? Die holen auch aus. Ich will jetzt erst das mal klären mit wenig. Okay. Serum, du hast meine Dank. Nichts sind gegen Darak, und zurückgegangen, um ihre Hände hochzunehmen. Oh, ich bin froh, dass Darak schraubt unter eine Runde zu verletzen, um seine Wände zu verletzen. Aber du hast nicht eine Stadt, um die Wände zu verletzen. Vielleicht ist es wert, um die Wände zu verletzen. Ich habe sie gesehen, seitdem sie ein Mädchen war. Aber ich bin nicht sicher, dass ich weiß, wer in der Runde zu verletzen ist. Ich bin nicht blind, um zu verletzen zu verletzen. Ich habe gesehen, wie Menschen durch die Kräfte fallen. Aber sie haben ihre Seite entschieden. Und ich bin... Ja. Ich bin nicht blind, um zu verletzen. Gott, ich würde lieber in der Stadt-Square singen, als zu sagen, dass ich das sage. Aber vielleicht kannst du mir helfen. Darak hat immer eine tiefen Hütung von meinem Vater gehalten. Ich habe nie gedacht, dass er gegen die Sacrament selbst verletzen könnte. Aber er würde nicht mit mir sein. Die Leute hier sind blind oder verletzten. Und das bedeutet, dass sie nicht zu verletzen sind. Sie sind blind, um zu sterben. Winnick sagte, dass seine Leute ein paar von Darak geholfen haben, nach der Krieg geholfen. Sie sollten sehen, ob sie sich noch mehr erzählen können. Einige die andere Personen hier könnte dir helfen können. Ich muss soeben wie ein Verletziger. Die meisten der Sacramenten wollen mich verletzen. Hier bin ich, um zu fragen, um dort morgen zu sein. Ich denke, dass Sie eine Sache auch wissen, um zu verletzen. Was sind jetzt die Gefangenen da? Ich habe das, was ich gemacht habe und ich verpahne es. Aber ich muss nicht, was sie hat. Ich habe das, was ich gemacht habe und ich habe... Ich habe das, was ich gemacht habe. Ich kann nicht fragen, dass die Kinder. Wir hatten zwei. Mensch, Meier. Mensch, Meier. Von der nachfahre ich aber nicht viel, ne? Sehr gut. Noch einer da irgendwo? Nein, da ist leer. Sind das die zwei, die hat doch nicht die zwei gefangen? Ich gehe noch mal zu ihr. Oh, Alter. Ja, so weiterhelfen tun wir die jetzt so nicht wirklich. Ich kann den Wacher auch nicht weiter wegschieben, aber ich gehört. Was ist denn das rote Ding? Achso, das ist meine Markierung. Moment, die mache ich wieder weg. Losana. Was ne? Was, dafür? No banquets and lines, man. No castles to hide inside, either. But we're free. Main lane puts a leash around your neck, and you think you're something special. You're a dog, that's all. You're the one in a cage, mate, not me. Ellsworth, Elias Grafton, the Lord of Tyr. Just puppets of the king, hang them all. Main lane puts a leash around your neck, and you think you're something special. Gut, die haben da nicht wirklich... So, ist der doch. Ratigen. Warte mal, die anderen Raum ist gleich weg. Geht net. Ich hätte da einen Haufen Arbeit erspart, beziehungsweise. Ratigen. Whose side is she on, anyway? Not that it matters. She's right, you know. Real attack is yet to come. Darak's moving on the city itself. But there may still be time to stop him. Darak left me to die. Tell me, friend. Do you want to be a hero? Course you do. Spring me from this cage, and I'll make you Sacrament Savior. These guards couldn't keep a snail locked up in its own shell. You poke around. Not another word from me, until there's no one. Ach, der will raus aus dem Käppisch, und dann hilft er uns, oder was? Ach so, das ist der Quest. Details. So, wir haben mit einem Gefangenen-Röber namens Radigan gesprochen. Der behauptete, das Sakrament würde schon bald angegriffen werden. Er meinte, er könnte helfen, dies zu verhindern, falls wir ihn irgendwie aus diesem Käfig befreien könnten. Aha. Ah jo. War mehr, ich mach dich raus. Ja. Brauch einen Schlüssel. Wenig, einen Schlüssel. Ja. Konnte ich mit der noch? Talk to the other prisoners, did you? Don't judge me for the company I keep. Wherever they go, for example. But I hope you learn something of value, Sarah. All I've learned is that the porridge they serve the prisoners might be... Ja. Das sind hier, do, hallo, ma. I don't want to respect for us these days. So, also das kann jetzt dauern, ich weiß es nicht. Wo ich da einen Schlüssel herbringen soll, ne? Was war die da rauszuholen? Oder zumindest versen, do. Ne? Das tut ich jetzt, stolper ich durch die Gegend. Ich steig dann gerade wieder auf, falls ich einen Finn, wenn nicht, steig ich nicht mir euch. Fertig. So, das sind wir wieder. Das hat ja nicht so weit gedauert. Weil ich kriege doch die Karte nichts auch gezeigt. Außer, dass so die Quest ist, ne? Bin ich da halt rumgeirrt. Und ich dachte, ich, Caroline, Caroline, ja, Caroline, aller gut, dann halt Caroline. Hätte er mit der Sache, was zu tun? Aber, ne. Jetzt war, ah, Fragezeichen über den Kopf, aber vertröstet uns. Ihr Hotel ist noch nicht fertig, oder ein Gastro. Jetzt bin ich da rumgerennt. Ein paar Mal außen rum. Ja, das kenne ich nichts. Jetzt habe ich der Wächter Scherra getroffen, und der hat den Schlüssel gehabt. Der Schluch, da. Dann habe ich den jetzt abgenommen. Ich wende. Bleibt mir nichts, aber ich weiß nicht. Ich habe das halt versäumt, aber die Wächter hängen gesproche. Ich habe die zwei, die da auf dem Turm stehen, die haben geredet und haben das Wort Schlüssel erwähnt. Das war sogar farblich hervorgehoben. Ich habe es nicht gelesen. Und deswegen wusste ich nicht, dass die das mit Scherra in Verbindung bringen. Jetzt hätte ich aber Scherra auch nicht gleich auf Anhieb gefunden, wenn ich so will, ne? Ja, ist doch scheißegal, ja. Nicht babbeln, nicht. Schon schreibe ich mal auf, jetzt. Ne, du hast nicht mehr draufgeschlagen, Mann. Jetzt gehen wir halt nochmal hoch und gucken, ob wir den wagen. Oh je, die geht mir auf den Sack, die Tonne da. Und lassen den frei. Und dann bin ich mal gespannt, was er zu sagen hat. Danke, Keimler. Jetzt, was war es, was ich gebeten habe? Ah, ja. Das Problem mit dir, höher als du, ist, ist, dass du nie aufhörst. Es sind die Sewers. Miles und miles von ihnen, unter deinen Feen. Der Risen in den Outskirts sind nur ein Diversion. Darachs' Männer werden in den Sacramenten wie schweizend blöchst. Ich werde ausdessen, wenn die Scherra in den Garten auf die Seward-Drain auf der Kost. Vielleicht hast du noch Zeit, um sie zu verhören. Vielleicht nicht. also was ich jetzt ganz langsam wollen wir haben jetzt dort diese der will unseren abwasserkanal treffe von abwasserkanal wo ist nur ein abwasserkanal desto bei nacht es wird eine nacht und nebelaktion könnte sein ja ich mache mir jetzt folgende ich machen kann dann schleich nur parade zusammen und dann da ich immer wieder okay dann macht sie bis denn